hallo und willkommen zurück hier bei drinklink heute teil 6 unserer tiki reihe letzte woche haben wir uns ja schon eine ikone angeguckt die unmittelbar mit tiki verbunden ist den tiki mag link hier oben in dem kleinen kästchen heute gucken wir uns eine andere ikone an die tatsächlich über tiki nach und nach immer mehr gepusht worden ist und auch was mit fantasie zu tun hat das hula mädchen vorher aber noch einen drink wieder don the beach camber 1937 der vicious virgin der vicious virgin quelle sipping safari von beach bumberry seite 57 ist ein untypischer tiki drink auch einer der frühen drinks von don the beach camber wir brauchen dafür eine coupette und eigentlich wird er dringend im blender gemacht und dann quascht eis hinterher zugefügt mein blender habe ich in den kartons noch nicht gefunden das heißt wir werden in einem rührglas zwisseln dafür brauchen wir auch einen zwissel stick und den tue ich schon mal da rein vorgleich vor lauter eis würfeln ich nicht mehr zwisseln kann an zutaten brauchen wir frisch gepressten elementensaft wir brauchen einen rum vor den virgin islands habe ich nicht kümmern wir uns gleich darum aber ein rum von puerto rico ein rum den es nur auf puerto rico gibt nehme ich dafür den barilito das ist einer der wenigen rums die eben nicht von barcardi auf puerto rico hergestellt werden ist ein feiner rum virgin island rum hat eine schöne charakteristik und ich habe da einen rum gefunden der ähnlich ist und in der rezeptur städte da kommen drin ich möchte hier also schon mal so ein bisschen tisern was ist der unterschied zwischen da kommen und kultur haben ja gucken wir doch einfach mal also ich habe hier bounty und ich mache jetzt mal so ohne dass ihr seht was das ist seht ihr hier einen farblichen unterschied kaum oder der eine ist ein gold warm und der andere ist ein da kommen jetzt gucken wir noch mal gold warm da kommen und in der rezeptur braucht man da kommen also nehmen wir den dann brauchen wir noch eigentlich zuckersirup ja zuckersirup und wir brauchen fallern um jetzt habe ich zwar ein eigenes fallern um aber wir wollen das auch reproduzierbar für euch machen ich habe hier von gifar einen fertigen fallern um sirup also werde ich den zuckersirup der hier drin ist und den fallern um hier mit abbilden dann brauchen wir noch kasteis und dann können wir eigentlich schon loslegen machen wir mal wie immer messbecher am start und wir brauchen eine halbe unze frischen limentensaft 3 cl grob eine unze wir brauchen also 1,5 cl limentensaft frisch gepresst wir brauchen eine viertel unze zuckersirup eine viertel unze fallern um in summe also eine halbe unze 15 centiliter im fallern um sirup dann brauchen wir eine halbe unze puerterikanischen rums also 15 milliliter 1,5 centiliter und eine unze dunklen virgin island rum wie gesagt ich nehme jetzt hier den dunklen von st lucia premium dark bounty auch schwierig in deutschland zu bekommen ihr könnt den ersetzen durch entweder einen kursen warm oder zum beispiel durch einen kepp morgen dark das wäre alles machbar habe ich beides nicht da im schrank gab deshalb bin ich nach st lucia gegangen hier ist die aromatik auch ähnlich sie ist nicht gleich sie ist ähnlich jetzt packen wir hier eiswürfel rein vorher kraschen war aber noch mal schon mal ein bisschen eis jetzt also eiswürfel rein nicht zu viel nicht bis oben hin das wird sonst zu viel ungefähr bis zur hälfte an eiswürfel sonst können wir auch nicht richtig zwisseln und wie gesagt eigentlich wird es im blender gemacht haben wir aber jetzt nicht da mir das glas hier mal an die seite den zwisselstick gleichgängig machen und dann schluss so 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 schlüsselsteck raus und ihr seht im glas deshalb habe ich jetzt auch diese coupette genommen 20 cl füllmenge ist noch ordentlich platz da packen wir jetzt noch quascht eis drauf untypisch für einen klassischen cocktail aber für den dring super ungefähr vier unzen macht das glas nicht voll und jetzt brauchen wir noch mit cocktail um den richtig klassisch zu machen also eine cocktail kirche wir können entweder eine klassische cocktail kirche nehmen das sind diese roten halb durchsichtigen nicht mein fall ich habe aber auch eigene cocktail kirchen auch da der link oben für das video wo ich die gemacht habe und ich mache eine kombination ich mache eine cocktail kirche eingelegt von mir und eine amarena kirche und das ganze auf einen schönen fixer und das ganze dann auf einen schönen pixer ich habe hier die rohnen bar collection das sind so mit halbixer könnt aber auch ein holz pixer nehmen oder irgendwas anderes tiki mäßiges ich möchte das ganze ein bisschen edel machen und deshalb nehme ich den pixer und natürlich fische ich nicht einfach nur so daraus sondern mit einer pinzette so damit haben wir schon die cocktail kirche pikse ein bisschen durch und halte ich erstmal hierhin kann sie noch ein bisschen abtropfen und dann nehme ich hier noch eine amarena kirche die sind steinlos da kann ich durchziehen und dann packe ich das in meinen drink und bin fertig viel spaß jetzt mit der kleinen präsentation teil sechs der tiki präsentation heute gucken wir uns an das huller mädchen eine weitere ikone nachdem wir letzte woche uns den tiki mag angeguckt haben tiki mag hier oben noch mal verlinkt guckt euch das video gerne noch mal an das huller mädchen ist ebenfalls eine dieser kunstfiguren eine dieser ikonen die tatsächlich beim thema tiki immer mehr in den vordergrund gerückt ist und wir kehren zurück zu den anfängen wir erinnern uns das müsste teil eins oder zwei gewesen sein es geht um die geschichte und die entdeckung polynesiens es geht zurück zum edlen wilden wie diverse entdecker und später die französischen aufklärer dieses volk polynesiens beschrieben haben und dieser edle wilde das paradies ist ja aus sicht der bibeltreuen natürlich immer verbunden mit einer efer nach möglichkeit mit einer efer die viel haut zeigt zu der zeit als das ganze aufgekommen ist 18 jahrhundert da war selbst das zeigen eines knöchels anstößig hier also sehr viel haut das dann auch später von den künstlern bedient worden ist auch in den filmen sehr viel haut sehr enge kleidung und damit die typische bedienung des musters um die männliche bevölkerung mit dem thema hula auch in die tiki bars zu bekommen dieses hula mädchen anfang der 1930er jahre kommt es dann auf und in den tiki bars nicht in den ersten nicht bei don the beach camper nicht weil christians hat sondern erst später über pago pago und über die über die verschiedenen restaurantketten kommt nach und nach das hula mädchen auf und hier ist wieder die verbindung von kunst tanz und irgendwo auch eine anleihe an das polynesische eben ein paradies ohne eva kann kein paradies sein und wir wollen gerne männliche sehnsüchte erfüllt sehen die weibliche begleitung in die restaurants kommt dann ja automatisch mit hauptsache wir kriegen die monetär starken herren in diese bars in diese restaurants wir gucken uns mal die verschiedenen anleihen und die ausprägung an neben den drinks ging es also um entertainment streichholz briefchen sehen wir hier in aller ausprägung nach möglichkeit auch mit prägung ja tatsächlich die weiblichen brüste wurden geprägt damit auch eine haptik da ist ich habe jetzt hier bewusst natürlich diese ausgeblendet weil das gehört hier nicht hin tänzerinnen wurden engagiert hier das mai kai das kong kai verschiedene ketten die south sie kette hat dann tanzshows 1936 eingeführt anleihe eben an polynesische tanzkultur tiki becher wo eben genau eine leicht bekleidete dame drauf ist wo der hurricane drin serviert worden ist aber auch andere drinks t shirts in den entsprechenden shops wurden verkauft es war halt die bedienung schwülstiger träume frustrierter männer der 40er 50er und 30er jahre bedient durch arme künstler einige künstler haben sogar durch das zeichnen von einfachen jungen leicht bekleideten damen auf cocktail servierten ihre zeche beglichen all das seht ihr in quelle nummer 50 alle quellen findet ihr wie immer hier unten unter der beschreibung wir gucken uns mal das original an das original ist eigentlich der hacker das ist ein geschlechtsneutraler tanz der maoris und ihr seht hier zwei ausprägungen oben rechts wunschdenken hier tatsächlich eine abbildung vom trader wick und dann echte maori frauen die ein hacker präsentieren diese frauen werden auch nicht hula genannt sondern war ihnen und diese tänze kommen alle aus dem polynesischen müssen bei weitem nicht unbedingt ein kriegstanz sein sondern kann auch ein begrüßungs ein unterhaltungstanz sein hier gibt es verschiedene ausprägungen und genau hier dann die quellen ein ritualer tanz geschlechtsneutral und einerseits ist es eine einschüchterung andererseits soll auch jedes körperteil da sein und sichtbar sein und jedes körperteil symbolisiert ein instrument oder eine expression ein gefühl guckt euch hier gerne mal das video an quelle 52 unten zu finden wo genau beschrieben wird was ist denn der hacker und hier verschiedene hackers auch vorgeführt werden heute bekannt ist der hacker als kriegstanz stimmt nicht ganz ist tatsächlich wie gesagt begrüßungstanz ein ritueller tanz der auch vom militär in polynesien genutzt wird aber zum beispiel auch beim rugby dafür ist die mannschaft hawaii sehr sehr bekannt und auch die mannschaft neuseelands guckt euch hier einfach mal diese begrüßungshackers beim rugby an sehr entertaining und es soll nicht wirklich einschüchtern sein sondern ist begrüßung rituell es soll respekt ausdrücken gegenseitigen respekt und hier einfach eine ganz spannende kombination das ist der hacker verbindung mit der frau war dann eigentlich nur die bedienung eben dieser schulstigen männerträume möchte ich gar nicht näher darauf eingehen und das war schon mal klein unser kleiner exkurs in das thema tiki in das thema hula mädchen nächste woche gucken wir uns dann an down the beachcomber wie ist er denn zum beachcomber geworden was ist denn noch mal genau ein beachcomber wir rekapitulieren und wir gucken uns an wie es denn mit seinen cocktails vorangegangen und gucken uns das dann auch noch mal ein bisschen genauer das war teil 6 unserer reihe ein bisschen kürzer ich hoffe es hat spaß gemacht guckt doch gerne mal in die anderen tiki videos rein und danke für all euren support ich werde jetzt hier den vicious virgin noch ein bisschen genießen in diesem sinne euch noch einen wunderschönen tag und gerne bis zum nächsten video nächste woche dann dann die beachcomber